Raumhaft lange glänzende Haare, volles kräftiges Haar, topmodische Stylings und Effekte. Alles ist machbar mit Haarverlängerungen und Verdichtungen aus handverlesenem Echthaar von Hairdreams. The Art of Hair Extension. Ihr Hairdreams Partner in München, Modefrisur Pol, Fürstenrieder Straße 215. Hannelore Pol und ihr Team erfüllen ihre Frisurenträume. Infos unter www.modefrisurpol.de oder rufen Sie an 089 714 6009. Wir freuen uns auf Sie. Der große Augenblick ist gekommen. Meine Style Lounge. Und ein begeistertes Publikum, das auf Angelas großen Auftritt wartet. Dankeschön, ganz lieb. Herzlich willkommen in der Style Lounge hier in Winterbach. Diesen Applaus brauchen wir gleich für Angela, denn sie hat einen ganz großen Auftritt. Ja, unterstützen Sie einfach. Ich möchte Ihnen noch unsere Experten vorstellen. Unsere Expertin in Sachen Haare ist die Hannelore Pohl. Hallo Frau Pohl. Unsere Modespezialistin ist die Ulla. Hallo liebe Ulla. Und Miriam hat das wunderbare Make-up gemacht. Bereit für den großen Auftritt? Ja? Gut. Dann sage ich nur, das war Angela vorher und hier kommt Angela nachher. Das war schon ein tolles Erlebnis. Wer träumt nicht davon, als Mädchen oder junge Frau auch da mal laufen zu dürfen? Ich durfte dich ins Nachher begleiten. Du hast gesagt, ich vertraue dir. Ich danke dir für dein Vertrauen. Und jetzt hoffe ich, dass dir das Ergebnis gefallen wird. Ja? Und ich werde jetzt einfach mal das Geheimnis lüften. Also Angela, das bist du nachher. Das Ergebnis ist überwältigend. Angela gefällt sich endlich selbst und erlebt, wie schön sie ist. Unser Experten-Team und ich sind begeistert. Sie ist ein ganz anderer Mensch, ein neuer Mensch. Und Frau mit Raren ist einfach toll. Ich bin ausgesprochen zufrieden. Es passt alles. Das Make-up, das Haar, die Kleidung. Super, super, super. Eine neue Nachbarin. Liebe Angela, wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Es geht um Selbstliebe, Selbstwert, darum mit sich selbst eins zu sein, für sich selbst. Und ich möchte von Herzen dir mein Buch geben. Bleib so, wie du bist. Ja, ist für dich. Ich habe dir reingeschrieben. Schau, zeig es dir mal. Wie ist es vor? Für dich, liebe Angela, damit du nie vergisst, wie wertvoll du bist, deine Kundin. Okay, merkst du dir das? Komm her. Die Angela ist auf einem guten Weg. Sie hat sich hier selbst beworben. Sie ist hier aufgetreten. Sie hat alles zugelassen. Sie hat ihr nachher mir übergeben. Sie hat vertraut. Und das ist sehr, sehr mutig von ihr. Es ist gut angekommen. Ich habe so viele positive Resonanzen bekommen. Dann denke ich, muss ich ja irgendwo ganz in Ordnung sein. Es geht darum, selbst zuzulassen, was man selber gerne möchte. Und das möchte ich, dass Angela das wirklich in Zukunft auch beherrscht bzw. beherzigt.